Mit Hilfe des GUS-Konfigurationsmoduls können Sie mit dem CMC-Prüfgerät IEC61850 GUS-Signale senden und empfangen. Um es einfach zu halten, werden wir in diesem Video nur das Empfangen behandeln. GUS werden meist zur Übertragung von binären Signalen eingesetzt, zum Beispiel Schalterpositionen, Auslösung des Schutzsystems oder Blockierungen. GUS werden als Multicast-Datenpakete über ein Anlagennetzwerk gesendet. Daher können Sie von allen CMC-Prüfgeräten mit Ethernet-Port empfangen werden. Mit dem GUS-Konfigurationsmodul wählen Sie aus, welche GUS Sie empfangen wollen und welche enthaltene Information relevant ist. Dieses Empfangen nennt man Subscribieren. Danach können Sie das GUS-Signal in allen Modulen genauso wie einen normalen Binäreingang verwenden. Wenn Sie GUS von einem ISO 200 subscribieren wollen, um die binären Eingänge und Ausgänge des CMCs für eine Prüfung zu erweitern, dann kann das Modul ISO Connect anstelle des GUS-Konfigurationsmoduls verwendet werden. Das GUS-Konfigurationsmodul teilt sich in zwei Bereiche. Oben sind alle binären Eingänge dargestellt. Unten finden Sie eine Liste der GUSs, die Sie subscribieren können. Verwenden Sie diese Buttons, um GUSs und die Datenattribute, die Sie enthalten, manuell hinzuzufügen. Einfacher geht es aber, wenn eine SCL-Datei zur Verfügung steht, die die GUS-Definition enthält. In diesem Beispiel möchten wir zwei Signale aus einer solchen Datei subscribieren. Dazu klicken wir auf SCL importieren und wählen die Datei aus. Das nächste Fenster zeigt alle enthaltenen GUSs an und wir müssen auswählen, ob wir die jeweilige GUS subscribieren oder simulieren wollen. Wir belassen die Auswahl bei Subscribieren. Nach dem Import können wir den Inhalt der GUS prüfen. Sie beinhaltet ein Datenset mit vier Datenattributen. Das erste ist ein Bullshit-Datenattribut, es handelt sich um das Auslösesignal des Schutzes. Das dritte Datenattribut ist ein Double-Bit, das heißt eine Doppelmeldung. Es ist eine Schalterposition. Diese beiden Signale möchten wir subscribieren. Die anderen beiden sind die dazugehörenden Bit-Strings mit Qualitätsinformationen, die wir heute nicht benötigen. Alternativ zum SCL-Import können Sie auch nach der GUS auf dem Netzwerk sniffen. Das geht mit der Omicron-PC-Software IEDScout. Der Rechner muss dazu mit dem Anlagennetzwerk verbunden sein. Klicken Sie auf GUS kopieren, um die GUS-Definition in der Zwischenablage zu speichern. Anschließend fügen Sie sie im GUS-Konfigurationsmodul ein. Um die Signale zu subscribieren, ziehen Sie einfach das gewünschte Datenattribut auf einen Binäreingang. Dadurch verliert dieser seine eigentliche Funktion und verhält sich von nun an wie das entsprechende Datenattribut. Der Eingang wird aktiv sein, wenn das Bull'sche Datenattribut 1 ist, bzw. wenn die Doppelmeldung 1, 0 ist. Ein tatsächlich angeschlossenes Signal an diesem Eingang wird ignoriert. Jetzt wählen wir noch den Ethernet-Port des CMCs aus, an dem die GUS empfangen werden kann, und aktivieren die Konfiguration. Von diesem Moment an stehen die Signale aus der GUS in allen Prüfmodulen ganz genauso wie konventionelle Signale zur Verfügung. Sie können sie also wie gewohnt z.B. als Triggerbedingung oder für Zeitmessungen verwenden. Die Konfiguration bleibt im CMC aktiv, bis Sie eine neue Konfiguration rüberladen oder einen Neustart des Prüfgeräts durchführen. Anstelle der in Hardware vorhandenen Binäreingänge können Sie auch virtuelle Eingänge verwenden. Diese aktivieren Sie in der Hardware-Konfiguration. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Test-Universe-Hilfe. Genauso wie Sie GUS subscribieren können, können Sie auch welche senden. Dazu können Sie im zweiten Reiter GUS auf binäre Ausgänge des CMCs legen. Seien Sie vorsichtig bei in Betrieb befindlichen Anlagen. Das Simulieren von GUS bedeutet einen Eingriff in die Anlagenkommunikation und kann ungewollte Auswirkungen haben.